Jo, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Wie gesagt, nächstes Level bestreiten wir mit Lörenor Zorro. Nachdem der Käpt'n jetzt einmal dran war im ersten Gebiet, nehmen wir das zweite Gebiet in Angriff mit Zorro. So, ein bisschen näher rücken. So. Ja, Ladebildschirme sind passabel. Erstmal schauen hier. Okay. Jo, der spielt sich, um ehrlich zu sein, genau gleich. Wie Raffi. Wenn nicht sogar mit kleinerer Range. Okay, das scheint also so ein Hürdenlauf zu sein, zu werden. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich... Äh, dass ich mich nicht zu sehr auf die Balance konzentriere und dann von den Dingens zermatscht werde. Von den Bomben. Was haben wir denn? Ein Trampolin. Ja, wie in... ...diversen anderen Spielen ist ein Trampolin dazu gedacht. Äh, höhere... ...Plattformen hier zu erreichen. Was ist das? Okay. So. Was haben wir denn hier? Vorsicht, Verschürzen. Wenn du... Manche Orte bist du... Ja, ist halt Fallschaden. Kennt man halt, ne? Fallschaden. Ach, das ist aber auch ein Abgrund. Ja, hier stirbt man dann sowieso. Ich glaube, Fallschaden gibt es dann nicht mal in diesem Spiel. Sondern nur halt, wenn man komplett in den Tod springt. Ich frage mich, ob ich dieses Spiel heute Nacht, beziehungsweise das am Stück aufnehmen kann. Das ganze Spiel. Ist das Spiel so kurz? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Nach unten will ich wohl. Handeln sind also seine... Äh... Health Packs. Quatsch. Ach, links gibt es auch noch was. Fallschaden glaube ich nicht, dass es das gibt. Sonst hätte ich jetzt schon längst... Damage gefressen. Da ist auch Ruffy. Das ist... Ein... 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 Wie heißt der? Übergabepunkt. Oh, es geht noch weiter nach unten, oder was? Tatsächlich. Raffiniert. Oh Gott. Nee, er hat auch Obst. Muss ich jedes Feld hier einzeln hochspringen? Gibt's nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Oh Gott. Bitte, er häng mich. Oh, ich hab die Kiste runtergeschmissen. Bitte. Oh, ich hasse dieses Spiel. Schlechtestes Spiel ever. Äh. Na gut. Pech gehabt. Ja, dann hab ich jetzt auch keinen Bock mehr... Irgendwas hier zu suchen, aber... Das sah interessant aus. Da ist eine Flagge nämlich. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Lol. Habe ich gerade halbes Leben verloren? Sprung falsch an. Ich hab nicht hingeguckt. Oder hab ich einfach halbes Leben? Ich will wissen, was diese Flagge da macht. Was macht die jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Zu früh gesprungen. Nee, so geht's auch. So. Wenn ich ein bisschen, äh, auf mich aufpasse... Ja, es gibt Fallschaden. Okay. Bitte. Gott. Fallschaden. Overrated Fallschaden. Oh Gott. Yo, hier ist ein Checkpoint. Yes. So, langsam wird's. Nee, irgendwie... Die Handeln bringen mir gar nichts. Also, kein Leben. Ich hab drauf geachtet. Oh Gott. Hat der immer die Spezialfähigkeit, oder was? Cool. Find ich gut. Oh. Hey, ey, ey, ey. Das... Könnt ich mich ja schon drauf freuen, wenn ich jetzt schon so verkacke. Okay. So. Hier ist ein Checkpoint auf jeden Fall. Das ist gut. Na gut. Oh Gott. So ein Scheiße. Na gut. Meint ihr, das ist gut? Ich da so runterspringe? Oh. Irgendwie gibt's doch kein Fallschaden. Ja, dann hat... Bin ich gestartet mit halbem Leben. So. Und auch okay. Ach, das ist auch der Letzte. Hä? Irgendwie so weit kam ich dann doch nicht. Aber auch egal. Ich hab die Truhe mit nach Hause gebracht. Ich hätte auch noch mehr da holen können. Ich hab halt den kürzesten Weg genommen, aber... Hey. 50.000 Bären haben wir gesammelt. Sprüche scheinen immer gleich zu sein. Ja. Das ist der Schatz. Das ist auch die zweite Level. Die... Ist auf jeden Fall kürzer. Deswegen spielen wir noch eine. In diesem Part. Guck mal, wie viel wir haben. Wir haben zusammen schon fast eine Million. Aber ich glaub... Äh... Da ist es auch nicht so viel. In der Welt. Also schon, aber halt... Vergleichsweise... Wenig. Memory Card wird geprüft. Ja. Wenn ich nochmal den Safe mir anschaue, dann steht da, wie lange ich gespielt hab. Weil im ersten Part hab ich 21 Minuten gespielt und in diesem... Äh... Zwölf. Entschuldigung. Zwölf. Also nur halb so lang. Äh... Guck mal, der hat nicht mal mehr volles Leben. Nicht so gut. Aber wir wechseln es einfach ab. Eins nach dem anderen. Ich frag mich, was die Spezialfähigkeit von Zorro ist. Die von Ruffy ist nämlich ziemlich praktisch, dieses Wiederbeleben. So, Buggies, verrückter Zirkus. Äh, Gebiet 3. What? Die Kamera kann ruhig ein wenig weg zoomen, damit ich ein bisschen Übersicht hab, wo ich hinspringe. Aber, ja, okay. Oh. Da ist... Äh, Dingens. Willkommen, ihr tretet jetzt gegen mich an. Keine Reibung. Vorsicht! Glatt! Äh... Wie hieß die? Anivia mit der Eisenkeule? Nee. Hieß die? Anivia? Nee, ne? Wer jetzt? Oh Gott! Oder soll ich hier auf den Kopf springen? Nee. Was soll ich denn genau machen? Oder soll ich einfach weiterspringen? Oder wie? Ich check's nicht. Hä? Moment. Check-A-S-N-A-S jetzt erwischt Ich hab sie. Ah, okay. Es war ein bisschen spät. Oh Gott. Was hat er? Spezialfähigkeit nutzen. Lade. Ja, okay. Aha. Gott. Gott. Jo. Ich bin K.O. Aber ich hab auch irgendwas getriggert. Wurde ich sie jetzt besiegt? Verbockt euch vor meiner Schönheit. Oder wurde ich jetzt besiegt? Oder wie? Ja, außer Gefecht gesetzt. Ich muss das wohl nochmal machen. Sieht wohl sehr danach aus. Ja. Zu spät gecheckt, worum es geht. Wie es geht. Aber das gehört dazu. Try and error. No problemo. Jetzt kommt, verbeugt euch vor meiner Schönheit. Nein. Verdammt. Das ist heute nicht mein Tag. Okay, wird die jetzt übler, oder was? Oh Gott. Ja, ich checke es halt. Oder, beziehungsweise es Taibung ist. Scheiße, Mann. Außerdem habe ich hier nicht mal eine HP-Leiste von der. Ah, Mann. Das ist natürlich blöd. Aber so ist das nun mal im Leben. Dafür kriege ich auch diesmal alle Ballons. Das ist ganz geil eigentlich. Überspringen kann ich es nicht? Doch, kann ich. Das ist nice. Und direkt ein dritte Leben. Zwei Hits. Ja, mehr als ein drittes Leben. Jo. Und schon bin ich ganz down. Was ist jetzt seine Spezialfähigkeit? Sonst machen wir es einfach im nächsten Part. So, komm her. Dritte Leben. Das Timing ist aber auch scheiße. Jo. Entweder zu spät oder zu früh. Ich glaube es nicht. Jo, ganz tot. Aber die gibt einem noch eine Chance. Und tot. Das war's. Super. Äh. Sorry. Hierfür. Ähm. Ja. Das gibt's dann großartig zu sagen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Äh. Ach. Ich hab noch eine Chance. Cool. Cool. Ich hab sie auch erwischt. Ich hab sie auch erwischt. Wieso treff... Ich sie nie. Ich hab sie auch erwischt. Jo. Ja. Das war's. Aber, mhm. Bis zum nächsten Part. So hat auf jeden Fall gesagt, das war's. Wie war's! Ich hab mich. Auf jeden Fall gesagt. Wir Trainerinteinteinteinteintein. Vielen Dank.